Neue Runde Dota 2 Und ähm Ein Geschrei von in der Lobby Und nach den letzten Spielen, die eigentlich cool waren Zum Beispiel das mit dem Magnus Das war echt ein cooles Spiel Und dann haben wir trotzdem verloren Gibt's jetzt wieder einen, der auch Split-Push-Potential hat Yes Und alle so, yeah Alle so, yeah Toll kann man hier ein bisschen nerven Wenn er mich firmer basht Leider bis ins Abel, insgesamt geht's aber Dann sitzen die irgendwie Freunden sie über den Bounty Hunter Bounty Hunter, Orb of Venom Aber drauf ja noch was I won by it Alle mal die Schnauze halten Einfach mal alle die Schnauze halten Danke Wahnsinn Ich will die nicht so schnell muten Mal gucken Ob sie das noch vermeiden lässt 30 Sekunden zu battle Wird ein bisschen gewartet Wird mit dem Wir müssen bestimmt die Hälfte der HP abziehen können Locker Das ist ein perfektes Timing Ich komme genau rechtzeitig an Als hätte ich das ausgerechnet Dieser Profi-Leh Was für ein geiler Typ Genau Und dann spawnt das genau davor Das ist der Hammer Jetzt schon das perfekte Spiel Jetzt schon das perfekte Spiel Kann ja gar nichts mehr schief gehen Den Range kriege ich jetzt nicht mehr davor Okay Also die Lane, ein bisschen Kontrolle behalten hier Ich kann keine XP bekommen Ich kann dir die Tango Ich kann dir die Tango Ich werde sie nicht brauchen Wenn du ihn zonest Wenn du ihn zonest Wenn du ihn zonest will, ist das Okay Wenn du ihn zonest Wenn du siehst, muss ich siehst Okay Oops ein bisschen mehr aufpassen jetzt hier die Neide sind jetzt verschenkt am Anfang mit den Helden sind wir sehr häufiger wahrscheinlich sogar noch bei den Hook geblockt jetzt na das mal auf der Vergleich noch na aber er hält ihn da schön low vom XP her ich werde jetzt gleich mal mir Wut zu holen damit sie mobiler sind das macht der Patsch sehr gut Patsch Level 2 jetzt komme ich ja gar nicht zum Sideshop so die mal mit killen ups ich hole gleich mal den Aquila ab mal ein bisschen zu früh jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier was sollen die ist ja peinlich wenn das jemand sieht bestimmt schon 4-5 nutzlos versemmelt das muss ja wohl nicht sein ein Magnus da okay jetzt ganz gut alleine sohn brauche ich gar nicht ich wollte gar nicht hier rumrennen um XP abgreifen jetzt pusht die Lane E ich muss gleich mal einen Pull machen das kann ein bisschen spät sohn das ist explodiert muss ich nicht direkt daneben stehen können wir mit dem Hook versuchen können mit dem Hookah he ist wahrscheinlich dead gut job sehr schön schneller grad noch jetzt können wir noch ein Abaddon Ich weiß nicht, bis es hier abgelaufen ist. Riden ist zu level 4. Er ist wirklich low. Ich werde erstmal den Wing of Health holen. Gut. Gut. Er erwischt. So soll das sein. Ich hole kurz meinen Wing of Health ab. Ups. Heute rote ich gar nicht runter. 6-0. Läuft doch. Das letzte Spiel fing aber auch gut an. Dann haben wir es am Ende noch verloren. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 3-0. 3-0. 2-0. 3-0. 2-0. 4-0. 4-0. 5-0. 4-0. Nice one. Nice. Schön gebaitet. Mit einem Stärker Morph. Damit noch Lars jetzt machen. 48 Damage. Jawoll. Unterm Tower. Fuck you. So, jetzt machen wir mal was mit. Und den schön getrappt. So. So. Arms for the dead. Ach ja, Morph, die geile Sau. Bisschen wie Storms for Rader. Machen wir auch so schöne Plays machen. Machen wir auf den auch. So, jetzt habe ich gute Mana Regenerationen. Mit Aquila, mit Perseverance und den Raindrops. Okay, I'm fine bottom now. Can you just get one Laning Ward? One Observer? Okay. Die ist so high. Die ist so gay. Oh, das war. Aber die Neid, von daher. No harm done. Eigentlich geguckt und dachte, er wäre noch sechs. Lion is bottom. Ich glaube, wir können sogar ihn sterben. Oh, egal. Ich bin besser hier. Aber wir können Lion, wenn sie in Zane kommen. 12-1, Alter. Warum hast du es gescheuert? Ich bin besser hier. Okay, I'm safe. Ah, not yet. I retreat. Oh, nice. Ah, escaped. It's alright. Sobald Troll und Terrence game kommen, ist Ende für Morph, schreibt Muskelkarten. Das sehe ich anders. Erstmal muss ich nicht mal sofort gegen die kämpfen und den TB. Oh, sehr schön. Bounty Kill. Autsch. Das war dann ein bisschen zu lange, dass ich geheilt bin. Mal gucken, ob wir den Kill in der Mitte machen können. Jetzt habe ich ein bisschen früher meine Travels gewollt, als ich sonst baue. Aber ich dachte, ich kann unten vielleicht nochmal in den Kampf zurückkommen. Jetzt haben wir ein bisschen vom Stack was genommen. Ah, close. So. So. Well done. I'm on my way. I'm coming. I didn't have, I didn't build it. Maybe by Lincoln. That's okay. Oh. Still alive? Still alive. Nice. Thank you. Come for the shrine, guys. Okay, we can fight. Easy, doch? Easy, Tim. Well done, guys. Let's take top tower. Da hat's irgendwie meinen Rechner zerrissen, aber... Ah, nicht den Rechner, nur das OBS ist gecrashed. Und jetzt... Okay, jetzt bin ich in der Base, jetzt mach ich in der Base. Ich bin gleich wieder da und kann gleich weiterkämpfen. Geht's denn wieder? Geht der Stream wieder, Jungs? Schreibt mir was. Geht der Stream wieder? Sehr gut. Okay, läuft wieder. Dann ist ja alles klar. Dann steht 705 für mich, ja auch schade um das Spiel, wenn ihr da nicht zuschauen könnt. Läuft ja gar nicht so schlecht für mich. Ich glaube, er hat mich gesehen. Er hat hier ein Wort. Sorry. Ja. Sorry about that. Ich war immer noch von einem Disconnect. Kannst du mich empfehlen, bitte? Das ist wirklich stark. Ich habe dich empfehlen. 154 Schaden. Joa. 200 irgendwas Schaden. Let's take Bot Tier 1. So, ich hole mal kurz mein Lincolns. Watch out. Das war nice. Ja, Empower bringt schon relativ viel. Als nächstes die Shotgun. Ich will win you game, na dann. 9.05 bei 21 Minuten. Kann man einfach machen. Ich habe ein Item noch, was Kleines, was sich irgendwie lohnt. Chanted Mango. Ein Iron Branch. Der und zwei sind drei Stats. Int kann ich gut gebrauchen und Stärke und Agility sowieso. Hände ich immer schön morfen. Alles richtig. Danke. Hier. Rock'n'Pike ist auch geil. Stimmt schon. Aber wenn es so gut läuft, gehe ich auch gerne einfach jetzt direkt auf die Shotgun. Jetzt auseinander genommen. Das ist so gut. Ich würde nicht mehr auf den Bremsen haben, aber wir haben auch noch einen. Ich habe so viel Stress in diesem Brackett. So, den Tarmal den einen. Take Tier 2 mit. Please empower me. Den Zeitpunkt ist ein bisschen sick, wenn man irgendwie knapp 300 Schaden macht. Okay, let's go back. Don't go high ground guys. Back, back, back. Okay, schön gebasht. Gebasht short. Der Lich carriert uns, hat er gesagt. Ein bisschen den Carry Lich. In dem Spiel kann er sich das erlauben. Als nächstes die Hurricane Pike. Jetzt noch mal ein bisschen... Als nächstes die Shotgun. Kann doch schon mal... Didn't pay attention to the healing ward, ja. Es kann sein, dass er irgendwo da rumstand. Hab ich nicht drauf geachtet. Du hast eine G-D. Also hat sie im Schaden. Du hast ihn nicht drauf geachtet. Ich danke euch auf Okay, die Schocken haben wir auch gleich fertig. Mal um die Lane noch. So, Schocken. Skadi oder Butterfly als nächstes. Mal gucken. I'm coming. I wanted to save you. Sorry, try it with E-Blade. Alright, cool, right? Guys, we need to push S5. We shouldn't make it leave. We can now. TV is dead. We can take bot lane. T2 and then we take Roche afterwards. And then we go high ground. Okay. We can just go for Roche. My TP is a short cooldown. Just go and I'll join you. Okay, I will help you with the work first. Okay. Juggernaut ist top. Courier? Nice one. Now we have an easy Roche. They have no courier. They have no vision. You guys just meet there? I'll take Ace and just... Maybe kill a Pyrrole Blade. On my way. Oh my god. Okay, he is dead anyway. Okay, take Roche. Take Roche, guys. They hit it close? Just take Roche. TV is dead. They have no blood. They have no idea. They have no idea. They have no idea. Hmm. They have no idea. Nein, zu blöd Items abzulegen. Okay, push out the lanes a little bit and then we take Roche. Shouldn't waste so much time. Just join me. Come, come, come. Empower me. Kill it. I'll just go back to base, Rack and join you again. Okay, my ledge solo TB. Aber no, I'll think we should just go. Yeah. And TB is dead. I'll join you in a second. Just go, 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 guys. I'm coming. Schnell, 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 schnell. Empower, please. Let me take it. Okay, we go high ground now. Yeah, but anyway, we should just push. Yeah, ledge should play with us sometime. It's not like the worst of ideas. We can still lose this ledge against their team. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are 40% The burden of your bottom tower has been here. Wait a minute. Oh, gosh. You're on fire. It's a bit hard. Oh, gosh. Oh, gosh. Oh, gosh. Oh, gosh. Oh, gosh. Ja, meine Trabels sind schon bereit in ein paar Sekunden. Go, go mit wieder, Leute. Go mit. Ja. Ja, das war gar nicht so eine schlechte Idee von ihm. Aber ich bin ein bisschen zu sehr gefahrend. Okay, Ornid. Ich gehe in für den Blatt und Crimson. Haste. Empower mich, please. Magnus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, siehst du mich gerade jetzt. Vielleicht können wir einen auf Solo bekommen. Nice one. I'll just pick up Illusion Rune. It's really strong. Yep, coming. Flawless game so weit. Ouch. Gerade gehört der... Ah, wir sind zu greedy. This game can still get annoying, guys. We should play together. Glitch, if you wanna stop solo. And come with us. Flawless game so weit. Aha, tot. Als nächstes. In dem Spiel Manta Style. Ist gut, um irgendwelchen Shit loszuwerden. Ist gut, um zu pushen. Go, go. Just RP. Ja. Ja. Good job. Buyback behalten ist gar nicht so eine verkehrte Idee. Moment. I can defend bot. And then I'll join you mid. You should push while Troll is dead, guys. Ah, I need... Can somebody defend? Nice. I'm not buying back eight seconds before I respawn. Okay. 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 Da hat er aber keine Lust zu verteidigen. Er ist top. Empower, please. I'm out. We took the lane. Careful, guys. Yasha, okay. Nice guy, nice one. My travels are ready soon, I can join you bottom. Ja, der macht den Carry Lich. Okay, just go back, they have a lot of firebacks used. Sehr schön. Yep. Okay, one dieback. Yeah, this game is over. This game is over. Tja. Ja, ich könnte aber den Abba töten, ohne einen Ulti auszulösen. Ja, das stimmt schon. Wenn ich gerade zum richtigen Zeitpunkt ihn treffe. Das war's, hat nicht gereicht. Ist nicht genug Agility gemorpht. Ja. So, immer schon die Base aufräumen. Ja. 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 Ich bin die Hände. Ich habe alle, in Höhe, in Höhe, in Höhe, in Höhe. Das ist immer wieder auf. Das ist immer alles Gelieb. Das ist immer wieder auf. Ich bin die Höhe. hallo scheiß reflekt schon mal auf dann gehe ich halt wenn ich nicht erwünscht bin anscheinend wird vermutet dass ich irgendjemand dass ich irgendjemand dolles bin das bin ich just so positive oh ok thank you for that been so positive let's go to here thank you you played very nice as well so was a pleasure playing with you a pleasure to meet you ach so, I have the wrong taste was die jetzt? Invisibilität. Bisschen viel auf Stärke gemorft zwischendurch. Finde ich aber nett. Finde ich schon eine schöne Aussage von dem Patsch, dass er das mal eine positive Art mag. Autsch! Der war auch sehr positiv, war einfach nett, in der Lane gut gespielt. Man hat ihn schlecht verstanden mit dem Mikro, man hat gemerkt, dass er irgendwie nett drauf war, fand ich. Am Ende nochmal gestorben. Ja! Das war doch ein sehr nettes Spiel. Für mich ließ es halt sehr, sehr gut. Ein paar coole Aktionen. Es war nicht so unkritisch. Das kann mir auch schief gehen. Man hat auch gesehen, wenn sie mal in die Base kommen, hätten sie unsere Base auch richtig schnell zerlegen können. Einen Teamkampf mal irgendwie blöd verlieren, keine Buybacks haben, das hätte man auch verlieren können. Also sie haben einen extrem starken Push mit Troll, mit Terrorblade, mit Juggernaut. Dann werden das auch nicht so ohne, aber das war cool. Cool, 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 cool. Einfach ein schönes Spiel gehabt. Vom Litch habe ich nicht so viel gesehen. Das ist schon ganz witzig, weil der Dings-Build, der Carry-Build ist mal ganz cool. Aber ich habe ihn jetzt nicht so viel in Aktionen gesehen, weil ich mit mir selber beschäftigt war. Der Putsch hat auch gut supportet. Er hat wirklich einfach gut in der Lane gespielt, hat man schon gemerkt. direkt gegen den LRIN richtig gut gespielt, hat gut gewordet und so. Einfach top gespielt. Sehr gut. Solche Mitspieler braucht man häufiger. Einfachen Speaking Facebook